Hallo zusammen, in diesem Video geht es um ZAY und das ist eine neue und superschnelle Blockchain mit einem riesengroßen Potenzial demnächst sogar in die Top 10 der Kryptowährungen aufzusteigen. ZAY bietet dabei jetzt bis zu 20.000 Transaktionen pro Sekunde und ist dabei auch noch super einfach zu bedienen, obwohl die darunterliegende Technologie noch vergleichsweise neu ist und das vor allem dank der beiden ausgezeichneten Wallets Kompass und Fin. Wenn ihr euch jetzt also fragt, ob ihr ZAY kaufen sollt oder nicht, dann empfehle ich euch erstmal ein anderes Video von mir, in dem ich genau auf diese Frage eingehe und den Link den packe ich unten in die Videobeschreibung. In diesem Video geht es jetzt mal ganz praktisch darum, wie man ZAY benutzt, also wie man zum Beispiel ein Wallet einrichtet, wie man Assets nach ZAY überträgt, was man so machen kann mit ZAY, also wie man diese neue Blockchain selber mal ausprobieren kann. Es ist also ein Praxistutorial und ich gehe hier also nicht auf die ganzen Fragen aus Investorensicht ein, dafür gibt es wie gesagt ein anderes Video von mir. Also worum geht es jetzt in diesem Tutorial hier? Ich gehe erstmal ganz kurz darauf ein, wie und wo man ZAY auf einem Exchange kaufen kann, aber das nur wirklich ganz kurz, weil das setzt sich irgendwie voraus, dass ihr einen Token kaufen könnt, den es auf Binance oder auf Kraken gibt. Ich denke mal, das könnt ihr dann auch irgendwie schon selber. Und dann gehe ich darauf ein, wie man jetzt vom Kurs von ZAY profitieren kann, ganz ohne, dass man ZAY kauft und sich mit der ganzen Technik auseinandersetzen muss. Also man braucht dann wirklich kein Wallet einzurichten, kein ZAY Wallet einzurichten oder auch ZAY hin und her zu schicken, wenn man nur Gewinn machen will, wenn der Token hochgeht. Und dabei ist meine Perspektive die ganze Zeit eine DeFi Perspektive. Also mir geht es darum, so viele Schritte wie möglich zu machen, ohne dass ich zentralisierte Plattformen einsetze. Ich persönlich habe einfach keine Lust für jeden kleinen Token diesen ganzen KYC Prozess durchzumachen und irgendwelche Unterlagen zu schicken oder mit so einem blöden Zettel vor der Brust ein Selfie zu machen, das dann so aussieht, als wollte irgendjemand Lösegeld für mich erpressen oder irgend sowas in der Art. Und man kann dann tatsächlich im Fall von ZAY sehr, sehr gut mit reinen DeFi Mitteln alle einzelnen Schritte machen, also kaufen, Assets rüber transferieren und so weiter. Das ist sogar meiner Meinung nach viel, viel einfacher, als wenn man jetzt zentralisierte Börsen einsetzen würde. Und natürlich zeige ich, wie man ein Wallet für ZAY einrichtet. Und ich gehe auch ganz kurz auf die Ledger Anbindung ein, weil die funktioniert tatsächlich bei ZAY schon richtig gut. Und zudem zeige ich dann, wie man Assets auf ZAY transferiert und welche Bridges sich da so anbieten. Und im nächsten Schritt zeige ich, wie man ZAY staked. Und man bekommt aktuell leider hier nur so vier bis sechs Prozent Rewards, aber immerhin. Und dann geht es um Ass Report. Das ist der größte DEX auf ZAY. Und am Schluss gehe ich dann noch auf das Liquid Staking Projekt auf ZAY ein. Und es gibt tatsächlich zur Zeit meines Wissens nach nur eins. Und das ist noch ganz neu, zumindest heute, wo ich jetzt dieses Video mache. Und das ist im Januar 2024. Also wenn ihr das später schaut, kann es sein, dass es noch andere Projekte gibt. Wichtig bei ZAY ist, dass dieses Video hier um die Version 1 geht und nicht um die Version 2, die angeblich in den nächsten Monaten rauskommen soll. Dazu braucht man wahrscheinlich ein neues Tutorial, weil die Technologie sich dann auch nochmal stark verändern wird. Wie gesagt, schaut mein anderes Video, wenn euch da die Hintergründe interessieren. Und was ich in diesem Tutorial auch nicht mache, das ist so eine Art Clickthrough Tutorial, wo ich also jeden einzelnen Mausklick dann kommentiere und zeige, ihr müsst hierhin klicken und dahin. Und stattdessen mache ich das hier über so kleine Videos, die ich dann kommentiere. Natürlich dann in groß, sodass man auch was erkennen kann. Und das geht dann, finde ich, einfach ein bisschen schneller. Und wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, dann ist das sowieso furchtbar öde, wenn einem wirklich jeder einzelne Mausklick gezeigt wird. Und das kürze ich also ein bisschen ab, weil das hier eben kein reines Krypto Anfänger Tutorial ist. Ich denke wirklich, dass es super wichtig ist, ein paar Grundkenntnisse in Krypto mitzubringen. Wenn man so eine neue Blockchain wie Zay ausprobiert, das ist wirklich riskant, weil schon allein die Technik ja noch nicht richtig ausgereift ist und deshalb auch Assets wirklich verloren gehen können. Ganz zu schweigen natürlich von den ganzen Scams und den Rackpulls oder einfach nur irgendwelchen Programmierfehlern, die es eben auch geben kann. Und wenn man also neu im Kryptospace ist, dann würde ich erstmal empfehlen, mit was Ausgereifterem anzufangen, wie zum Beispiel Ethereum, Arbitrum oder Polygon oder so. Und dazu gibt es ja auch jede Menge Tutorials da draußen auf YouTube. Da würde ich einfach empfehlen, da mal ein bisschen nachzusuchen. Also das hier ist auch kein Airdrop Guide und das liegt vor allem daran, dass die meisten Airdrops auf Zay schon gelaufen sind. Aber man weiß ja nie und vor allem, wenn jetzt bald die Version 2 rauskommt, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass die User von Version 1 doch nochmal belohnt werden. Aber zur Zeit habe ich darüber tatsächlich keine aktuellen Informationen und der Aufwand, der lohnt sich vielleicht wirklich nicht, wenn es jetzt nur um Airdrops geht. Und das hier ist jetzt auch kein Tutorial für Wale, also damit meine ich, dass ich nicht weiß, wie gut das hier alles bei sehr, sehr großen Beträgen funktioniert. Es ist aber immerhin ohnehin nicht so ratsam, die ersten Aktionen auf einer neuen Blockchain mit großen Beträgen zu machen. Man sollte stattdessen immer erst mal mit Beträgen im 10er-Bereich, also so mit 50 Dollar oder so anfangen und dann später erst dann etwas mehr riskieren. Aber ich denke, das wisst ihr auch schon. Aber wenn ihr das dann anders machen wollt, dann seid ihr natürlich auch herzlich willkommen, das auszuprobieren. Also, Zay kann man sehr, sehr gut auf zentralisierten Börsen kaufen. Zum Beispiel auf Binance oder auch auf Kraken. Und wo kann man nachsehen, welche Börsen Zay unterstützen? Also ich schaue da immer bei CoinGecko nach, hier auf der Seite über Zay unter Markets gibt es eben eine Übersicht. Und das überlasse ich ab jetzt natürlich euch, auf diesen Börsen Zay zu kaufen, weil die sind eben alle ein bisschen anders. Da kann man kein Tutorial drüber machen. Aber wenn man jetzt nur von Zay profitieren möchte, dann braucht man den Token eigentlich gar nicht zu kaufen. Stattdessen kann man auch einfach eine gehebelte Longposition aufmachen, irgendwo wo Zay unterstützt wird. Wie zum Beispiel hier bei Drift auf Solana. Es gibt aber auch auf der Ethereum Blockchain einige Protokolle. Und man sieht hier ganz schön, dass ich hier eine Longposition auf Zay aufgemacht habe. Und die ist ja tatsächlich jetzt schon 15 Prozent im Plus. Und dabei habe ich einen Hebel von 1 oder unter 1 verwendet. In diesem Fall steht hier 0,97 als Hebel. Aber das ist eigentlich Quatsch. Also wichtig ist nur, dass man einfach einen Hebel sehr, sehr nah an der 1 verwendet, weil die eigene Position dann faktisch nicht liquidiert werden kann. Man hinterlegt einfach eine Sicherheit in Form von zum Beispiel USDC und geht dann Long Zay aber eben ohne Hebel. Also ein Hebel von 1 ist gleichbedeutend mit kein Hebel. Und das jetzt nur mal am Rande. Also ein Hebel von 0, den gibt es nicht. Kein Hebel. Das heißt Hebel gleich 1. Die Position schwankt dann quasi im selben Maße wie der Zay Preis. Also 100 Prozent hoch, ist Einlage verdoppelt. 50 Prozent runter heißt, dass man die Hälfte seiner Einlage verliert. Also genau so, wie wenn man Zay kaufen würde. Man hat eben einfach keine Zay im Wallet und man hat dafür eine Longposition. Wenn man jetzt aber Zay wirklich kaufen will, zum Beispiel wegen eines möglichen Airdrops oder ähnlichem, dann nützt das natürlich eigentlich gar nichts. Und dann kann man Zay auch ohne zentralisierte Börse kaufen. Und egal wie man es jetzt macht, man braucht ja auf jeden Fall erstmal ein Wallet. Also ich verwende da am liebsten das Compass Wallet. Und ich glaube, das hat sich inzwischen auch ein bisschen gegenüber Finn durchgesetzt. Compass vor allem deswegen, weil es den Ledger unterstützt. Und das funktioniert inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Wichtig ist, wenn man den Ledger verwendet, dass man die Cosmos App auf dem Ledger installiert. Und die dann auch geöffnet hat, wenn man also mit dem Compass Wallet arbeitet in Verbindung mit dem Ledger. Und es gibt keine Zay App für den Ledger, sondern man verwendet eben stattdessen wirklich Cosmos. Aber ich habe auch gehört, dass zum Beispiel das Leap Wallet ganz gut klappt. Und beim Ledger kann man tatsächlich auch mehrere Adressen verwenden, falls man also mehr als ein Account hat und alles sauber so voneinander trennen will, wie das ja manche so machen. Aber natürlich kann man auch ohne Ledger arbeiten und nur mit einer Passphrase. Und die Einrichtung ist wirklich ganz normaler Standard. Und wie man mit einer Passphrase umgeht, das setze ich einfach auch mal voraus, dass ihr das wisst. Und jetzt sind dann aber natürlich noch gar keine Assets auf dem neuen Wallet. Das Wallet ist komplett leer und vor allem sind da auch noch keine Zay. Und die braucht man aber, um Transaktionsgebühren zu bezahlen. Und das kann man sicher auch regeln, indem man jetzt Zay auf einer Börse kauft und die hier hin transferiert. Und die Wallet-Adresse, die findet man also dann hier im Wallet auch und kann die in die Zwischenablage kopieren. Und es gibt aber noch eine bessere Variante oder besser gesagt sogar zwei bessere Varianten. Und die erste Variante ist, dass man Assets von einer anderen Blockchain rüber transferiert und dabei dann direkt in Zay umwandelt. Also man schickt zum Beispiel 50 Dollar in Ether rüber und bekommt dafür dann den Gegenwert in Zay. Und für Gas braucht man jetzt übrigens wirklich nur einen ganz kleinen Betrag, weil eine Transaktion bei Zay, die liegt so um einen Cent. Also eben einen Cent-Bereich oder sogar ehrlich gesagt sogar noch weit drunter. Also 10 Dollar reichen locker super easy aus. Und dabei muss man dann erstmal sein Ethereum Wallet, also Metamask oder Rabi hier mit der Seite von zum Beispiel RocketX verbinden. Und dann ganz wichtig, Zay als Ziel auswählen, also sowohl das Netzwerk als auch den Token. Und dann noch seine eigene Zay-Adresse eintragen, damit RocketX auch Bescheid weiß, wo die Assets nachher ankommen sollen. Und es empfiehlt sich auch, den Preis von Zay pro Ether zum Beispiel mit CoinGecko ein bisschen gegenzuschecken, damit man nicht zu viel Slippage bezahlt. Manchmal sind ja die Preise auch nicht aktuell und nach meiner Erfahrung geht das aber ganz gut, wenn man jetzt so im Tausender-Bereich bleibt, also keine Beträge im Bereich der Hunderttausende oder so macht. Weil dann ist der Preis hier bei RocketX ein bisschen abseits dessen, was bei CoinGecko angezeigt wird. Und die ganze Aktion, der Transfer, der dauert jetzt ungefähr 20 Minuten, kann glaube ich auch schon mal schneller gehen oder auch bis zu einer ganzen Stunde dauern. Und etwas Geduld braucht man da schon manchmal. Und da hilft es natürlich, wenn man nur kleine Beträge verwendet, dann muss man halt nicht so schwitzen, wenn es jetzt gefühlt ewig dauert und man nicht genau weiß, sind die Assets jetzt weg oder kommen die wirklich an. Und die zweite Variante ist die Bridge von Zay selber. Also hier in diesem Beispiel schicke ich Ether rüber und möchte dann auch Ether bekommen. Das Schöne hier ist, dass man tatsächlich ein bisschen Zay geschenkt bekommt, wenn man Assets rüberschickt über diese Bridge. Und dann kann man von da aus schon mal so ein paar Transaktionen durchführen. Und der Nachteil ist dabei aber auf jeden Fall, dass es so wenig Zay ist, dass man sehr, sehr schnell schon pleite ist und daher als erstes direkt Zay zum Beispiel auf Astroport nachkaufen muss. Und hier in diesem Fall muss man beide Wallets mit der Seite verbinden, also Metamask für Ethereum und Compass für Zay. Und danach ist das Ganze eigentlich ziemlich selbsterklärend bis zu dem Punkt, wo die Assets dann tatsächlich unterwegs sind. Und hier darf man dann nicht vergessen, dieses Häkchen hier zu setzen, dass man Zay geschenkt bekommen möchte, wenn der Transfer fertig ist. Und ansonsten ist das Ganze wirklich ziemlich easy und auch sehr, sehr zuverlässig. Es dauert auch so um die 30 Minuten. Auf Astroport kann man dann Zay nachkaufen, zum Beispiel wenn man hier Ether oder USDC übertragen hat. Und Astroport ist ein ganz normaler Dex, da gibt es eigentlich nicht so viel Spannendes zu berichten. Astroport ist aber nicht nur auf Zay aktiv. Man muss also erstmal Zay als Blockchain einstellen und dann das Compass Wallet verbinden und danach kann man dann alle möglichen Assets hier swappen. Allerdings ist die Liquidität hier nicht besonders hoch, zumindest heute, wo ich jetzt dieses Video mache. Das kann ja in Zukunft noch besser werden. Ein Astroport hat schon einen Token. Es gibt hier also sehr, sehr wahrscheinlich keinen Airdrop in Zukunft. Wenn man dann also schon Zay hat, dann kann man meiner Meinung nach Zay auch direkt mal staken. Und das geht hier auf der App von Zay selber. Die APY liegt aktuell bei circa 5%. Das ist ja tatsächlich nicht viel, aber das ist meiner Meinung nach die sicherste Variante, wie man bei einem möglichen Airdrop dann doch berücksichtigt wird. Also das könnte sich lohnen, trotz der niedrigen APY. Aber wie gesagt, ein weiterer Airdrop ist nicht in Planung. Das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach. Also man muss nur beachten, dass die einzelnen Anbieter hier in der Liste unterschiedliche Provisionen oder Kommissionen, heißt das hier, einbehalten. Und 5% sind hier ziemlich normal. Es gibt aber auch welche mit 100% und das hieße dann, dass die gesamten Rewards dann einbehalten werden von dem Anbieter. Die sollte man also eben nicht verwenden. Auch wegen möglicher Airdrops würde ich alle Anbieter meiden, die mit zentralisierten Exchanges zusammenhängen. Das erkennt man dann am Namen, also wenn hier Coinbase steht oder so. Und die obersten hier aus der Liste, die würde ich auch nicht nehmen, weil die Rewards da vielleicht einfach zu sehr verwässern könnten, weil zu viele da drin sind. Also das obere Mittelfeld, das wäre wohl meiner Meinung nach am besten und das ist aber auch nur so eine Praxis bei mir. Es gibt eigentlich keine wirklichen konkreten Informationen dazu und es basiert einfach nur auf Erfahrung. Das Unstaking dauert übrigens 21 Tage und das sollte man dann eben auch irgendwie mit einbeziehen in die Überlegung. Auf Zay gibt es dann auch noch einen Perpdex namens Levana. Der läuft auch auf anderen Blockchains und den könnte man, wenn man jetzt schon auf Zay unterwegs ist, auch mal ausprobieren. Und auch hier muss man erst mal Zay als Netzwerk einrichten. Ansonsten haben die hier auch alles, was andere Perpdexes auch haben. Man kann hier also Zay und Ether hebeln und später kommen dann noch andere Assets hinzu, wie zum Beispiel der BTC, WBTC. Auch hier gibt es bereits ein Token und die Wahrscheinlichkeit für einen Airdrop ist aktuell also noch ziemlich gering. Aber häufig ist es ja so, dass wenn Zay selber einen Airdrop macht, dass diese Projekte dann eine große Summe bekommen und diese dann auch an die User verteilen. Aktuell ist das aber auch noch nicht mal ein Gerücht. Und dann gibt es hier noch eine Liquid Staking Plattform namens Kryptonite. Und der Token von Kryptonite heißt übrigens Sailor, also mit einem E statt einem A. Und den Liquid Staking Token, den STZay kann man hier minden, wenn man Zay einzahlt. Und auch burnen, wenn man seine Zay dann wieder zurück haben möchte, inklusive der Rewards. Und das dauert dann allerdings auch 21 Tage, bis man seine Zay wieder im Wallet zurück hat. Der Sailor Token ist dabei insofern interessant, dass das Projekt noch ganz am Anfang steht und später eben auch Lending und Borrowing anbieten wird. Und das läuft schon auf dem Testnet von Zay. Und da es das einzige derartige Projekt auf Zay zur Zeit ist, zumindest meines Wissens nach, hat der Token, wie ich finde, sehr, sehr großes Potenzial. Nur leider muss man den Token bei Astroport erst kaufen. Und wenn man den Token jetzt farmen möchte, dann muss man erstmal den Token kaufen und dann in einen LP einlegen und diesen LP dann auch noch in Kryptonite staken. Man bekommt dann hier 400% APY vom Sailor Token in Form des VE Sailor Tokens. Und den kann man dann erst nach einer bestimmten Zeit des Vestings umwandeln in den tatsächlichen Sailor Token. Die ganze Sache ist also mit Vorsicht zu genießen, weil es sein kann, dass der Token eben auch in Zukunft heftig dumpt. Anstatt hochzugehen, ist ein bisschen Glücksspiel. Muss man einfach mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Etwas fies dabei ist, dass es den Sailor Token auf Zay zweimal gibt. Der richtige Token von beiden ist der hier mit diesem grünen Logo und der andere, der ist einfach so ein Meme-Coin, mit dem man, soweit ich weiß, zumindest nichts wirklich anfangen kann. Also aufpassen, wenn man den Sailor kauft, das hier ist der richtige, also der grüne hier und es gibt noch einen roten und der ist es nicht. Und viel mehr gibt es hier auf Zay eigentlich auch nicht zu tun. Und ich habe mal die ganzen Meme-Coins weggelassen, weil das viel zu kurzlebig ist, dass es sich jetzt lohnen würde, das aufzunehmen. Und dann kann ich das Video eigentlich auch jede Woche neu machen. Aber sicherlich werden auch nach und nach neue Projekte hinzukommen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Discord von Zay zu beobachten, weil da immer mal wieder neue Projekte erwähnt werden. Und die kann man sich ja dann mal anschauen, ob es sich lohnt, da noch einzusteigen. Also Zay ist aktuell noch ein sehr, sehr junges Ökosystem und bei solchen Blockchains, da weiß man eigentlich nie so genau, was rauskommt. Wenn man also ab und zu mal vorbeischaut, dann bleibt man so auf dem Laufenden. Und was passiert, wenn Version 2 fertig ist? Das weiß eigentlich eh kein Mensch, vor allem in Bezug auf Airdrops oder auch in Bezug auf neue Projekte und neue Tokens. Und das war es jetzt erstmal mit meinem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Zay. Mein Video über Zay als Investment blende ich hier jetzt nochmal ein. Wenn ihr also Updates zu Zay haben wollt, dann abonniert am besten mal meinen Kanal. Ansonsten sage ich erstmal bis später. Alles Gute. Tschüss.